Hallo und Willkommen am 7. Dezember. Mensch, ist das wieder ein Wetter. Grau in Grau. Schon am Nachmittag braucht man nicht und Kerzenschein. Aber mit einer guten Tasse Kaffee lässt es sich aushalten. Was jetzt noch fehlt, wäre Schnee. Ist da was, wenn schon kein Schnee von oben kommt, dann backen wir uns Schnee. Ich lade euch ein, diese Schneeflöckchen heute mit mir zu backen. Der Teich ist fertig und aus dem Teich form ich jetzt viele kleine Kügelchen. Je kleiner desto filigraner natürlich. Und dann kann man sie mit einer Kuchengabel so leicht andrücken. Jede wird dann ein bisschen anders. Und wenn das geschehen ist, ab damit in den Backofen bei 180 Grad ungefähr 10 Minuten. So, die Schneeflöckchen sind fertig. Fehlt noch ein bisschen Schnee und den holen wir uns jetzt mit der Beschneiungsanlage. Perfekt. Und jetzt genießen, wie echte Schneeflocken zergehen sie im Mund. Und wer jetzt schnell ist und diesen Beitrags liked und einen Kommentar schreibt bei Facebook oder bei Instagram, dem schicke ich ein Tütchen zu mit Schneeflocken. und ich wünsche euch einen wundervollen 7. Dezember. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.